Kann ich dir kurz bei Skyfactory zeigen, was wir für dich gemacht haben? Wir müssen erst zocken. Halt's, Paul, ich kann jetzt nicht. Das geht nicht, ich kann grad nicht Minecraft. Das ist so dreist, das ist so dreist. Da würd ich lieber ne Runde um Block joggen, Alter. Fortnite Kapitel 2 ist jetzt, ist das irgendwie vorbei gegangen? Max, Max, ja, ja, ich bin hyped, ich bin mega hyped. NEIN! Ich bin viel zu schlecht! Man, ich hab's nicht. OOOOH! AAH! Max, das ist das erste Mal, dass ich jetzt Fortnite... Okay, bei mir geht der Trailer los, das hab ich noch nicht gesehen. Digga, Fortnite Chapter 2, wie geil! Ich mach erst mal ein Intro. Moin, Leute, TriMax hier, Fortnite... Jetzt schon kein Bock mehr, Leute, ganz ehrlich, wenn ich Fortnite höre, Alter, mit TriMax... Da bin ich raus, wirklich. Wir gucken uns jetzt ganz kurz das Arschloch von Fortnite hier an. Ding ist jetzt ein Trailer. Oh mein Gott, man kann direkt... LOL! Als ob das so ist. Ab nach Pleasant Park. Wie lange hab ich Fortnite gespielt? Einen Monat lang? Stark. Warte, die Runde gewinn ich, die Runde gewinn ich. Ich weiß, wie ich jetzt kass... Warum sollte man das tun, Digga? Ich bin von dem Bot gek***t worden, Alter. Ey! Ahaha, Revi ist voll behind! Digga, das ist ja mal übertrieben eklig, Alter. Was ist die Taste über Shift, über Großschreiben, dieses Dauertabs? Dauergerussschreiben, wie heißt die Taste? Es gibt für allmögliche Sachen Medaillen. Wer ist das? Oh, warum ist Miki jetzt hier? So! Miki, spielen wir Minecraft, oder was? Mhm, Fortnite. Also selbst die Leute, die Fortnite hassen, haben sich ja darauf gefreut. Alter, das Zero-Outfit sieht ja schon mal mega geil aus, oder? Kaufen. So, Miki, ich bin schon wieder in der Sucht drin. Kauft euch doch gerne meine Battle Pass einfach mit meinem Supporting Creator durch, meine Freunde, ihr wisst Bescheid. Oh, hab ich Bock! What the f***, Mann! Ich hab mehr Bock, als ihr alle drei zusammen, ihr könnt das nicht verstehen. Das stimmt nicht, Max, das stimmt nicht. Doch, ich würde... Killeduell ab, jetzt! Wow! Max, meine Kiste. Klar, nicht mehr Kiste. Alter, ich fass es nicht, Revi. Ich dachte so, oh geil, du hast einen neuen Hund. Aber der bellt einfach, wenn jemand kommt. Es sind da ja ganz schön viele. Ich bin in einem Feld, man kennt mich. Nicht schon wieder, Max. Geht das schon wieder los? Leute, ihr müsst dann auch schießen, wenn er auf mich schießt. Wie gesagt... Er ist wieder Ninja. Was? Karte? Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn! Jungs, die Zone kommt. Wir haben komplett vergessen, wie man Fortnite spielt. Kann das sein? Die Zone kommt. Oh, die Zone kommt. Wie funktioniert Bad Royale Games nochmal? Guter Gag, so können wir dich. Macht die... Ja, ja, stark. Sehr lustig. Mann, ihr Bots, Alter! Ich will hier gerade angeln! Was haben die damit zu tun, dass du gegen dein eigenes Bilding wirfst? Wo kann man da angeln? Da vorne sind weiße Punkte, äh, so weiße Wellen. Jaja, und da kann ich angeln? Angel da, und dann zieh das raus, und dann kriegst du da Fische raus. Auch epische Fische und so, die machen ein Schild. Oh, ich hab einen Fisch bekommen. Ich ess den. Bäh, eklig! Oh, Max, ich hab übrigens noch ein Medichick für dich. Das ist so Sch***, dass es jetzt um Fische geht hier, Alter. So unfair für mich wieder. Komm, weil ich das nicht aussprechen kann, das Wort. Ja, welchen Damage hast du gemacht? Treffer! Hab einen genockt. Hab noch einen genockt. Hey, ich bin tot! Kann mich wer in die Zone carryn? Ich mach's grad mit Miki. Oh! Ich hab Miki verloren. Ich werd's nicht was schaffen, Romatra. Ich werd sterben. Nene, du hast gesagt, ich kann's es schaffen. Und laufen. Trag mir die Zone, trag mir die Zone, schnell! Lauf Trimax, lauf! Junge Soldat, lauf! Unter die Treppe, Max. Du bist ein Held. Du bist ein Gottverdammter Held. Jetzt unter die Treppe und mich hochziehen. Gib mir hier, gib mir doch hier! Ich weiß doch nicht, wie man es splittet! Max, gib mir doch einfach was ab! Z? Z? Das war noch nie auf Z. Ich schwöre, das war noch nie auf Z. Natürlich, Junge! Ne, wie? Jetzt kannst du... Digga, er gibt mir Instant Head schon im Flug, oder was? Ich hab alles gesehen. Er hat mich in die Zone geworfen. Was für eine Mistgeburt, Alter. Ghostbaum 187. Streamsniper, es geht wieder los mit dem Reporten, Leute. Es geht wieder los, es werden wieder Spieler gebannt. Wir sind gar nicht so bad. Wir sind echt... Wir sind peinlich. Wir sind hier eine Spaßgruppe. Wir sind doch alle Schatten. Der macht nicht auch eine Sprint bei mir? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Nice, Mann! Willst du Hilfe? Rubat ran! Michi, ich hab dich! Ich hab dich! Ich choke! Genau. Nein! Ich bin viel zu schlecht! Richtig. Das kann auch nicht sein, dass ich so sch*** bin! Der war ja so lost! Der war so lost! Michi, der is low, der is low! Der fish is one shot! Der fish is one shot! Hab ihn, hab ihn, hab ihn! Hilfe, der finischt nicht! Max, chill mal bitte! Komm runter! Max pusht halt alleine in ein Viererteam rein! Glogen! Mariert dann und schreit, Jungs, wo seid ihr? Ja, ich find auch, wir sollten mal Squad Arena spielen! Ich weiß nicht, wer was sollt ihr, Max! Auch für Squad Arena! Ja! Squad Arena! So, Max, was hast du jetzt? So, Max, was hast du jetzt? So, Max, was hast du jetzt? Ich bin nicht bei dir gelandet. Das Revi. Mann! Wieso lande ich immer mit Revi? Ist doch der Freitod! Wow! Tor! Hab ihn! Revi, du alte Legende! WTF? Reiß, reiß! Drei mal dann töten! Da gibt's ja irgendeine Waffe! Das ist cool! Ich glaub, ich muss euch alle drei austauschen! Arena wär jetzt Micky noch am Leben! Ey, wie der seine Unfähigkeit auf uns projiziert! Ich brauch hier gute Spieler! Ich dreh durch! Hab ihn! Nice, Alter! Hol dich! Alter! Revi, drei Kills! Stark! Revi, drei Kills! Unaufhaltbar! Das ist der Status der Legende! Der kehrt zurück! Boah! Schau mal auf! Wir zücken dir, gell? Ich hoffe immer nicht auf den Weg! Woah! Schweils, Junge! Raus ist er! Sack! Boah! So, jetzt eine Waffe! Und dann geht's auch los für mich! Geil, Max! Leute, ich bin back! Ich bin back in dem... Stopp, Micky! Stopp! Ist es der? Der Rucksack, von dem ich rede! Ach, es sind Ferien! Guck mal! Du Marta, du musst morgen gar nicht arbeiten! Hä? Das hat ja so... Also das... Tut mir leid, Max! Das hat ja gar keinen Sinn gemacht! Das hat ja wirklich gar keinen Sinn gemacht! Wumatra arbeitet ja nicht als Hausmeister oder sowas! Weil Wumatra geht's wieder los jetzt mit Dings! Der macht jetzt seinen Master! Komplettes Team bei uns! Vorsicht! Hey, Max, Mann! Alter, Revi! Du Spasti, Alter! Was zum F***, Mann! Trottel, Junge! Ihr müsst mir jetzt die Shotgun-Money droppen! Ich habe ihn gerade getötet! Ich habe jetzt keine Schüsse mehr! Ihr habt wieder... Na, lief! Stresst mich dieser Max wieder! Alter, Junge! Habt ihr einen anderen? Alter! Ja, du Liede! Max hat mir nicht die Minis getroppt, bevor ich das Blue Shield getroppt getroffen habe! Max ist so ein... Klar, Anti-Mate! Es macht gar keinen Spaß wieder mit Trimax! Ich bin Anti-Mate! Ich trage alles! Hör auf mich zu verarschen! Ja, genau! Du trägst alles und behältst alles! Ja, richtig! Digga, Fight! Lass den Fight in Ruhe! Lass den Fight! Holt mich... Waaah! Waaah! Juhu! Baby! Waaah! Im Laufen! Digga, im Lauf, Mick! Ich bin eine Gottverdammte Legende, Alter! Sieh mich an! Also die Squad ist wie eine Anti-Aggressionstherapie, muss ich sagen! Ja, aber ich werde nur aggressiver hier! Ich merke hier nichts von der Anti! Achtung! Na die Revi! Na die Revi! Max, Achtung! Gleich kann ich dich mal coachen, wenn die mich hochholen! Hahahaha! Es ist alles bei beiden! Hast du denn noch Plakaler gewonnen? Nein, ich kann nicht editen! Warum geht der Edit nicht durch? Alter, was war das denn jetzt gerade? Können wir jetzt bitte Arena spielen? Fortnite Season... Was ist das jetzt? Elf, ne? Eigentlich ja, oder? Das heißt Fortnite Kapitel 2 Season 1. Fortnite Kapitel 2 und ich bin es. So heißt das Video. Ja. Ich seh es jetzt schon vor meinen Augen. Schön mit Klickback mit 20er Bombe obendrauf. Ein Gegner bei dir, Max! Musst aufpassen! Oben acht! Oben acht! Einer oben drauf! Direkt nach! Direkt nach! Haukt! Haukt! Nehm ihn! Hier Max, guck mal! Jungs, unter euch! Ey, das ist... Das ist wieder lächerlich, Mann! Jungs, seid ihr los! Ich bin unter euch! Und... Der Typ hat mir halt um die Ecke gegeben, ne? Bin hoch und dann hat er mir um die Ecke noch geholt. Hab deine Karte Revi! Ehrenmann! Außen! Ah! Schöner Hit! Schöner Hit! Pickaxe ihn bitte! Hab ihn! Hab ihn! Tragen! Wo soll ich ihn hintragen? Schmeiß ihn vom Haus! 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 Geile Kommunikation, Revi! Ich... Ich hab ihn nicht gesehen! Ich bin... gerade... echt raus! Was? Medi-Kids brauch ich jetzt. Oh, hunderter Hitter hinten der Gegner. Jungs, wir müssen weiter, ne? Neben uns sind acht Spieler. Wir sterben hier in der Zone oder wir töten sie. Hab noch einen gelockt. Innen drinnen, Miki. Stark. Das sind die letzten. Einer von denen ist knockt. Einer von denen ist knockt. Direkt drauf. Druck. Wir brauchen Druck, richtig. Ich will den unbedingt snipen, Alder. Besser! Hab ihn. Oh nein. Stark. Das war ne geile Runde. Besser kanns auch nicht mehr werden. Da kann ich eigentlich aufgehen. Ganz, ganz stark. Wollen wir hier oben Hotel landen? Ja, ich bin da auch. So ne goldene Sniper ist die OP. Ist das die Heavy Sniper? Ne. Ist die Heavy Sniper rausgepatcht? Ja, ne? Ja. Es gibt nichts Negatives auszusetzen bei Fortnite Chapter 2, jo? Jo? Das ist die Runde von eben mit dem Win. Das war das andere Ende der Welt. Oh, Romata, tolles Ding. Erstmal aus der Zone raus, oder? In irgendwelchen Klippen. Moment mal, Romata. Stark, Stark, Romata. Einmal, äh, Clap and Jet. Komm, komm doch nichts drauf, steig doch jetzt wieder ein. Geht das? Hey, Boot fahren darf ich auch? Ich bin da. Nein, ich bin da. Ich kann doch lang fahren mit dem Boot. Ja, klar. Ja, klar sagt er, als wäre das irgendwo logisch. Logisch an der Stelle. Presse. Okay, come on. Hey, scheiß geil, wo man aussteigt. Ich auch nicht. Ah, wo man uns gedrückt hat. Nein. Ich kann nicht aussteigen. Wie geht aussteigen? Ne, es geht bei mir nicht. Ich kann nicht aussteigen. Hilfe, da bist du lost. Ah, ich hatte es nicht belegt, deshalb. Hm. Ganz oben. Hat ein Headshot. Fabin. Nice. Nice man. Wann das alle? Oh. Ich fang mal das falsche mehr. Hab einen genockt hinten. Hab noch einen genockt. Oh, what the fuck? Ja, jetzt pusht der, der pusht mich. Warte langsamer, warte langsamer, langsamer. Stark, richtig stark. Hab ihn nicht hier? Oh, ich kann kein Waterfall mehr. So. Leute, aufpassen. Drei Leute noch. Gegner vor mir. Achtung. Obacht. Einer hat einen raus. Oh mein Gott. Romantra schnell hochholen. Der bessere Chance ist, wenn ich oben bin, das weißt du. Jetzt muss es sich lohnen. BAM. 105er Streit. Stark. Romantra Hilfe. Oh mein Gott. Von der anderen Seite. Ja, keine Chance. Aber war gut gespielt. Jungs, kommen jetzt zu mir. Wir sind Gegner. Ja, wir kommen. Wir kommen jetzt. Aufgerüstet, Upgraded, alles. Ich muss auch ein bisschen aufpassen. Was haben wir jetzt hier hin? Kam einen genockt. Perfekt. War geil, ja? Boom. Nice. Das war geil, Alter. Das war genau das Ablenkungsmaß. Eine Kampfmedaille kriege ich. Das war der erste, der es hieß. Max, eigentlich, Max, eine Sache ganz kurz. Pass auf, ganz kurzes Statement zu dem Lost Clan, ja? Ja? Weil viele mich gefragt haben. Darf ich das kurz raushauen? Hau raus. Viele Leute haben gefragt, Lost Clan, wie schaut's da aus? Revi, MyMax, wann geht's da weiter? Wie passiert da was? Alle Jungs haben sich weiterentwickelt und sind gerade auf der Suche nach einer Ork, ja? Wir haben euch quasi das Laufen lernen lassen, ja? Wir haben euch groß gemacht, ein Stück weit. Ihr habt Reichweite von uns bekommen. Ihr habt Kontakte. Geht raus ins Land und sucht euch eine Ork. Das war ja genau das, was wir mit Lost wollten. Max, jetzt ist ja die nächste Season Fortnite. Gibt es eine nächste Season Lost? Mit neun Leuten? Season 2 mit Lost? Alter, neue Leute wieder hochziehen? Hätten wir machen können? Weil jetzt kommen ja auch wieder Turniere und die ganzen Bums. Hätten wir machen können? Aber da kann ich auch verstehen, dass die weitergezogen sind. Nee Digga, also wir haben ja auch lange Inaktivität gezeigt. Also ich fände eine Kapitel 2 von Lost, Robnik gerade auch im Chat. Robnik ist immer noch bei Lost dabei, by the way, scheinbar. Ich fände es geil, Leute. Geht nach uns! Der eine flankt Revi. Ich hab's verkackt. Turtline. War einer genug? Zwei Squads auf mir! Meine Herren, das gibt's doch nicht! Der Typ war schon wieder zu krass, Alter. Was wollen die denn? Beschissenste Runde. Kapitel 2 Fortnite. Achtung! Einer von dem wird eklig genug. Pass auf! War stark gespielt. Kann man nicht anders sagen. Ich wollte auch nicht mehr. Also Season 2 Lost, reden wir die Tage drüber, ja? Machen wir die Tage drüber! Die Schüler esos Jahrhundert Glucker. Nicht zugeben. Das stimmt kommt völlig zumoder. Wir klein für Tauneer Glucker. Wir hoffen. Wir klicken. WirAre die feignört. Wir hören. Bis zum nächsten Mal.